Für Steuer heißt Laura Hölke! Herzlichen Glückwunsch, Verena, zum absoluten 2. Platz, der sehr, 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 sehr knapp war. Es war ein sehr knappes Rennen, alles unten, hier wird Christian von Neubeck in der Lautung, ein schönes Wiesfahrzeug jetzt zur Verfügung gestellt. Die Fratulante ist hier da. Alles Gute unserer Vize-Königin. Und jetzt kommen wir zum offiziellen Akt, wenn die Presse dann soweit ist. Gleich die 2. Platz, der Neubeck an. Und dann darf der Oberbürgermeister die Krone anstecken. Hier liegt noch das Tiefel von der Firma Tämmer. So, der offizielle Akt, wenn wir noch mal ein Problem hier wieder haben, ist die große Offizie. Und jetzt mal eine herzliche Glückwunsch, Laura Hölke! Applaus Applaus Vielen Dank.